Hey Freunde, willkommen zum heutigen Test. Heute ist die Catan Quickcharger dran. Aus der Lautserie denke ich jetzt mal. Ist eine 25 Schuss Batterie im Kaliber. Jetzt muss ich lügen, steht das hier irgendwo. Ich würde mal behaupten es sind 25 Millimeter. Wir haben eine Artikelbezeichnung Crackling Mine to Crackling Chrysanthem. Soweit ich weiß noch mit blauen Sternen. Preislich liegt er hier zwischen 18 und 25 Euro, je nachdem wo ihr kauft. NEM technisch sind wir hier bei 358 Gramm. Und dann würde ich sagen gehen wir raus zur Zündung der Quickcharger Fan Shell Batterie. Bis gleich draußen zur Zündung. So jetzt im Test die Quickcharger. Wie gesagt die Fächer Batterie. Und läuft. Gucken wir mal ob ich die draufkriege. Soll ja Quicklink mit blau sein. Halleluja. Alter steigt viel zu nah dran, aber die Batterie für 18 Euro war 18 Euro wert. Sehr gut.